Komm Avin, such das Kamel. Such das Kamel. Wo ist es? Wo ist das Kamel? Wo ist das Kamel? Such. Fein suchen. Such, 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 such. Wo ist das Kamel? Wo ist es? Wo habe ich es? Wo ist es versteckt? Das Kamel ist 20 und da rechnest du ja nicht damit. Also kam das wirklich eine Überraschung. Also da haben wir ja alle nicht mit gerechnet. Hat man dann erst mal eine Lösung? Oh, ist es? Ja, das ist schon so, dass man erst mal denkt, oh mein Gott, warum gerade ich? Und um dich herum kamen natürlich ganz viele Kinder auf die Welt, alle gesunden Kinder. Und dann ist man schon auch nennlich, ich muss verkranken, ich muss verkranken, ich muss verkranken. Such, 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 such. Such, such, such. Ja, 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 ja Vielen Dank.